Lieber Trickser, möge das Abenteuer beginnen! Blackpool City of a Thousand Dreams So much fun is bursting at the scene Schritt 1, erstmal den Haidaw abholen! Auf Mahlzeit! Und der Dingy! Schöne Mahlzeit! Alles jetzt? Müde! Müde! Uah! Oh! Äh, meinen, äh, Koffer umschmeißen! Warte! Und Philo ist auch da, aber der ist am Telefonieren! Ich schnapp, ich schnapp! Oh, Dennis, die haben zirke! Oh, meine versterben! So, jetzt ist sie aber ihr beide gegeneinander! Ich schnapp, ich schnapp! So! So! Hey, hey, hey! Angekommen in Blackpool, jetzt wird erstmal kräftig gefrühstückt, schön auf die fein englische Art, gönnt euch mal unseren Ausblick, hier Frühstückstisch, da sitzt der Hai, der muss gerade noch eine Wurst rausdrücken und bam, direkt FC Blackpool! Wir sind angekommen in unserem Hotel, einmal kurz eine kleine Roomtour für die ganz treuen Zuschauer, ja, das ist dasselbe Hotel, wo wir hier vor zwei Jahren mal waren. Hier kommt man rein, hier links ist das Bad, Nessie ist gerade auf Klo und unser wunderschön Bettchen. Hier ein Bildhübscher Sessel, das ist das Highlight des Zimmerskipo, unser ultra heftiger Panoramaausblick hier, der wunderschöne England, du bist, einfach eine Idyllikippung und ein Schreibtisch, hier wird auch ordentlich gearbeitet. Und dass ihr einmal kurz mein Setup seht, Alter, wenn ich jetzt mein Mikro hier oben befestigt hätte, dann könnte ich das nicht umklappen. Deshalb habe ich Trick 17 gemacht, ich wäre nicht der Allerechte, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Das Mikro habe ich unten am Gorillapod befestigt und ich kann mich trotzdem sehen, perfekt! Wir richten hier uns eben einmal ein und dann geht es direkt los. Alter, Dennis, du bist einfach nach wie vor berühmt, der hängt da immer noch. Das ist zwei Jahre her, vor zwei Jahren hat Erik den da dran geklebt und der klebt da immer noch. Aber Hai, was hast du für Augen, dass du das gespottet hast? Das ist der Hai, nicht ich! Wer hat die Fuffis durch die Clubs? Ja, ja, das zählt da seine Millionen. Da ist das mehr! Oh, ja! Und da ist... Kein Kommentar! Hä? Na, wer ist denn das? Hä? War das jetzt Zufall oder was? Ich war schon am... War doch vorne schon gewesen, am Blackpool Tower. Ja, was? Ja! Da ist der Tower! Ja, da ist der Klecks! Auf gar keinen Fall! Ich bin gerade dezent verwirrt! Ich dachte, der Hund wäre auf der Fahrerseite! Wie gut! Korall! Wir gehen auf die Spitze und schmeißen den Hai runter! Ende! Der kann fliegen, oder? Auf jeden Fall! Mensch, Denny ist der Just-Desert-Store! Na, was sagst du? Der ist zu! Den muss man zu machen! Hast du ihn gekauft? Auf keinen Fall! So, da sind sie, die Winter Gardens, da findet das Event statt. So sieht das von außen aus! Und dann gehen wir jetzt rein! Fühlt der, Matti? Fühlt er! Fühl dich zu 100 Prozent! So, wir haben es rein geschafft in die Winter Gardens! Gold Card is da! Bändchen is da! Ich würde sagen, kann losgehen, oder? Auf keinen Fall! Der hat einfach kein Wort verstanden! Es ist einfach so, auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Jetzt bin ich wieder hier! Dennis! Dennis! Ja? Ihr Oberzeig! Jedes Mal, jedes Jahr, dieser selbe Gag! Du bist einfach überall! Dennis hat einfach Blackpool gekauft! Alter, kack auf Unge der Madeira gekauft hat! Dennis gehört einfach England! Was heißt jetzt? Also Blackpool ist dann aber eher so, ich weiß nicht so wie die Kloschlüssel von England, oder? Was? Yay! Logception! Jetzt geht es los zu der Magic Convention! Wie heißt die Nummer? Blackpool Magic Convention! Der Blackpool Magic Convention! Ist schon an? Es läuft schon, Aufnahme läuft auch! Feminine care? Hi? Okay, äh, hi? Das Ticket muss richtig big sein, weißt du? Der Businessman. Klärst du gerade ein paar neue Bestellungen oder ein bisschen Business, dies, das? Geheime Sachen. Ah, geheime Sachen? Geheime, geheime Sachen. Aha. Und so sehen TikToks aus dritter Person aus. Und ja, am Livestream? Auf gar keinen Fall. Grüße gehen raus an den Stream. Ja, Matti hat jetzt eine neue Kamera, vielleicht erkennt es einiges. Ah ja! Kein Product Placement oder so. Aber bist du happy? Eins bis zehn? Drei. Mach mal was Schönes. Geh mal her, geh mal her, geh mal her. Geh mal her, geh mal her, geh mal her. Was ist so? Dennis! The fuck? Leute, ein Fehler in der Matrix. Die beiden Klecks sind nebeneinander. Gib uns, gib uns, gib uns. Mach, 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 mach. Boah, mach Carlos Free! Run! Leute, wir fahren so an der Bar. Ich brauchst du da zum Filmen. Wir so an der Bar. Äh, fragt die Kellnerin, ja, wie viel Eis, also, how, how much Eis do you want? Dennis so, yes. Weg ist er! Liege ich recht in der Annabelle? Alter, André, du hast doch sogar so'n Hund, oder nicht? Hi, drehen wir heute, you flash, you lose. Auf jeden Fall, wir haben noch mehr in die Zone gepflanzt. Hab verloren. Ich seh einfach, das WLAN ist so langsam, der hat in 5 Stunden 90 MB hochgeladen. Das hat so keinen Sinn. Ich wollte das alles eigentlich an Yunda schicken und er schnippelt das alles fertig für euch und dann seht ihr hier Daily Vlogs. Ihr werdet die Daily Vlogs trotzdem sehen, ich werd halt nicht schlafen. Aber ich schneid die Kacke jetzt selbst, ich will unbedingt, dass ihr das seht. Ich will nicht, dass das wie letztes Jahr ist. Auf Instagram seht ihr die ganze Zeit, was abgeht bei uns und dann seht ihr das erst so eine Woche später gefühlt. Deswegen, ich geb jetzt Vollgas und schneid die Kacke für euch fertig. Nachtschicht! Okay, Nessi reagiert gar nicht. Nachtschicht! Ah ja! Oh mein Gott! Da ist ja noch einer. Guck mal, Hi, hier gibt es Dip. So Leute, wir wollten jetzt hier einfach auf entspannt ein paar Cocktails trinken. Das ist hier 2 for 1, jeder kriegt so zwei Cocktails. Alle so normal. Und Hi, was ist das denn? Das sind zwei Boop-Tinies. Boop-Tiny. Das sind zwei Tiny Boops, oder? Ja. Du musst das aus meiner Perspektive machen. Wieso? Es schmeckt Digga, das ist genauso wie es ihr erwartet habt. Echt? Digga, ey, ich würde sowas nie trinken, das ist nie zu viel Sahne Bruder. Okay, ja, äh, äh, Brot... Dennis? Müde? Auf jeden Fall. Warte, bist du auch Zahnpasta gekauft? Ich hab nicht gebracht, Zahnpasta kannst du benutzen. Herr. Hi, darf das in den Vlog? Krass. Ja. Hahahaha. Hahahaha. Na, du bist da so im Unterhemd. Ich dachte, vielleicht willst du nicht, dass das in den Vlog kommt. Na, ist doch okay. Warte, mach mal Bizeps, die ist das. Digga... Ah, damn, Brot. Hahahaha. 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 Universum implodiert. Schwarzes Loch. Hahahaha. Ja, Freunde, das war Vlog Nummer 1 von, was, 4? Hier aus Blackpool. Ich schneid das Ganze jetzt noch und, äh, starte dann den Upload. Der läuft dann die ganze Nacht wahrscheinlich. Mal gucken, wie ich das in meinem Leben... Gute Nacht, bis morgen. Das mag ich ja Daily Vlogs, dass ich sagen kann, bis morgen. Wir sehen uns morgen, Freunde. Gute Nacht. Du gescheitst noch. Na, holiday! Hahahaha. W-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I kÄん-ruce! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020